Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle herzlich zum Abend der Lyrik-Debüts des Jahres 2020. Das ist eine wunderbare Einrichtung, die das Haus für Poesie schon seit Jahren betreibt und die ich bislang nur als Lyrik-Kritikerin kannte und immer darauf geguckt habe, was da passiert und mich immer sehr gefreut habe, dass es das gibt. Und nun hatte ich die Ehre, selber eine Auswahl treffen zu dürfen für dieses Jahr. Und es war ja ein merkwürdiges Jahr mit der Pandemie und so weiter, aber es war ein herrliches Jahr, was die Debüts anbetrifft, die ich lesen konnte. Und es hat mir sehr schwer gefallen, aber schließlich habe ich mich für drei entschieden, drei Lyrikerinnen, die heute Abend hier sein werden. Das heißt Carla Gerda, Alicia Gamischt und Laskia Wazhecha ist leider heute Abend nicht da. Sie wird uns einlesen und einsprechen und wir werden auf diese Weise im Video sie dabei haben. Leider ist sie krank. Das, was mir am Anfang auffiel beim Lesen dieser Bücher und was ich sehr interessant fand, war, das ist jetzt das Jahr 2020. Wir schreiben jetzt sogar schon 2021 und alle drei sind schon so lange dabei und haben alle, ich nenne das immer eine Band. Das heißt, sie haben alle Leute, sie sind schon früher aufgetreten, sie haben schon früher in kleinen Zeitschriften, in größeren Zeitschriften publiziert. Es hat mich sehr beeindruckt und da kommen wir aber nachher sicher noch zu. Und die nächste Sache, die ich gerne noch vorab sagen würde, bevor wir dann endlich zu den Büchern kommen, ist die Tatsache, dass wir bei dem Ablauf jetzt folgendermaßen vorgehen werden. Wir werden einzeln die Bücher vorstellen. Ich werde einzeln mit Carla Zerder und Alicia sprechen und dann werden wir am Ende eine kleine Fragen auch an Saskia stellen und sie wird auch mitlesen. Und danach haben wir noch ein kleines Gespräch, wenn es gut geht, wenn wir Zeit dafür haben. Und zwar sind das ja so merkwürdige Zeiten mit der Pandemie und ich würde sehr gerne am Ende von allen wissen, zumindest von den beiden auf dem Podium hier, wie das denn eigentlich für sie gewesen ist, in der Pandemie das Debüt zu haben und keine Lesungen oder wenig Lesungen oder nur Lesungen online oder sonst was. Und was das für sie bedeutet hat und ob es trotzdem Resonanz gegeben hat, das machen wir dann am Ende. Also als erstes begrüße ich Carla Zerder. Ich hatte eine Begründung gegeben und ich habe gedacht, ich lese die am Anfang nochmal, warum ich genau dieses Buch so schön fand. Das fing an mit dem Zitat aus dem Buch Mother Earth Motherboard. Flashartig und bedrohlich schön kollagiert Carla Zerder in ihrem Band Loops, der Beruf Raftbooks erschienen ist. Fragmente aus Mythen, Meeres, Börsen und Computerwelten. In einer Storyline verluppen sich Mikrobiome, Roboterlieben, Lithiumgärten und Stachelhäuter. Was auch immer das alles ist. Zur Person. Sie hat Biologie studiert, Ökologie studiert und literarisches Schreiben und wenn ich das richtig sehe und das taucht auch in dem Band auf, spricht sie außer Deutsch auch Englisch, Schwedisch und Spanisch. Warum, weiß ich nicht. Hoffe ich, erfahre ich gleich. Unter dem Namen Carla Hegel gewann sie 2019 den Hauptpreis des Open Mic mit einem Text namens Bambi, der in diesem Buch der fünfte Teil ist, wenn ich das richtig sehe. Und Christian Phillips sagte damals zur Einführung, das Subjekt der Texte ist keines mehr. Wir haben es eher mit einem Brain-Computer-Interface zu tun, das sein Auftreten beim Open Mic schon vorausgeplant hat. Carla Hegel lebt in Leipzig und wird sich so leicht nicht wegscrollen lassen. Das stimmt. Mein erster Leseeindruck war ein Staunen über die Gleichzeitigkeit von Bedrohung und Schönheit und davon, wie man das alles wie ein Träumen auch lesen kann. Der Band hat sechs Teile. Alle sind verfasst wie Tagebucheinträge oder Protokolle. Das eine heißt Traumtagebuch, das zweite ist ein Explosionsprotokoll, das dritte sind Meeresbiologinnen unterwegs und dann gibt es ein Gespräch zwischen einem Ich und einem Du und am Ende das Ende der Tour. Jeder Teil ist sehr streng geformt und das werden wir auch gleich hören. Eine Stimme aus dem Off, wie es mir schien. Mythen, Naturzerstörung, Computerherrschaft, Marktliberalismus, alles kommt drin vor. Wir sind sehr nah am Puls der Zeit. Selten, muss ich ehrlich sagen, schafft es ein Debüt gleich am Anfang auf die Lyrik-Empfehlungen des Jahres. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die Lyrik-Empfehlungen werden herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gemeinsam mit dem Lyrikkabinett in München und gemeinsam mit dem Haus für Poesie. Das Interessante daran ist, dass Uliana Wolf diesen Band gleich in ihre Empfehlungen aufgenommen hat und auch so einen schönen Text dazu geschrieben hat, in dem sie davon spricht, dass es eine hellwache Sprachgegenwärtigkeit in diesem Text gibt. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich genaue Beschreibung dessen, was wir gleich hören werden. Aber ich möchte jetzt gerne erst mal wissen von Carla, wie war das? Wie hast du eigentlich angefangen mit dem Schreiben? Es gibt so einen Satz da drin, der heißt, ich öffne alle Tabs gleichzeitig und sage Lyrik dazu. Was passiert? Wie hat das angefangen mit dieser Art von Schreiben? Dadurch, dass ich ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir habe, habe ich halt einfach immer auch nicht beim Schreiben sehr viel Zeit mit Recherchen und mit Lesen von Texten, die ich vielleicht nicht gleich verstehe oder so verbracht. Und ich glaube, dass diese Methodik, dass sich einem Thema oder einer Frage zu nähern, glaube ich, dann auch auf mein Schreiben übergegangen ist oder dass ich da irgendwie auch gar keine Unterscheidung treffen kann. Es ist halt so eine Art Forschen vielleicht. Ja, vielleicht so. Also das Schreiben ist auch ein Forschen? Ja, auf jeden Fall, ja. Und Bambi war davon der Anfang? Nee, also jetzt, dieser Band, ja, der hat, dieser Band hat keinen Anfang. Also ich habe einfach, die Texte sind aus ganz unterschiedlichen Zeiten und Bambi ist vielleicht so, so, vielleicht so, so in der Mitte in der ganzen, in der ganzen Produktionsphase entstanden. Und es war auch nie so, dass ich gesagt habe, jetzt schreibe ich ein Band, sondern es waren einfach, waren einfach Texte und die haben sich dann am Ende so gefügt. Gut, dann kommen wir zum Titel. Dann würde ich sehr gerne wissen, woher der Titel Loop kommt, wenn das alles eigentlich Protokolle sind. Ja, der Titel kam tatsächlich wahrscheinlich jetzt das Letzte, was zu diesem Buch kam, war der Titel. Ja, ich, das war ehrlich gesagt, was einfach nur eine ziemlich spontane Idee, die mir kam und die ich einfach, die mich einfach sofort, die mir sofort sehr gut gefallen hat, weil ich davor viel, viele Arbeitstitel hatte, die mir klar waren, dass die sofort, dass die halt nur so eine Übergangsklammer sind, einfach für diese Texte. Aber, lups, ja, ich kann dazu keine gute Geschichte erzählen. Es kam ja einfach. Mir geht es ja so beim Lesen, dass ich denke, das passt unheimlich gut. Und zwar, es gibt ja immer wieder diese Wiederholungen in dem Text, das werden wir ja gleich sicher hören. Und die Wiederholungen sorgen ja dafür, dass man sozusagen immer wieder an eine Frage zurückkehrt und immer wieder an der gleichen Frage nochmal anfängt. Und dabei, so ist es ja auch manchmal im wirklichen Leben, aber zumindest sicher oft im Forscherleben. Und dass man dabei immer wieder durch dieses Wieder-Zurückkehren zu der Sache nochmal eine Vertiefung erfährt. Ist das so gemeint oder ist es gar nicht so gemeint? Ja, ich glaube, ja, Wiederholungen. Ich meine, klar, in Gedichten geht es, also Wiederholungen einfach so ein wichtiges Strukturelement und nicht nur in Gedichten, einfach generell Wiederholungen auch, weiß ich nicht, also es ist einfach eine, dass man etwas wiederholt, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Es gibt eine Veränderung, selbst wenn man das gleiche Wort einfach immer wieder wiederholt. Es ist nicht das gleiche Wort und das ist etwas, das halt einfach irgendwie mir nicht klar ist, warum oder wie das funktioniert. Und vielleicht dieses Buch dann so ein Versuch, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen oder so, hat mich so ein bisschen daran abgearbeitet halt. Aber das wurde mir auch erst, also es war kein, es war nicht geplant, sag ich jetzt mal. Es war einfach, hat sich so entwickelt, ja. Ich würde gerne noch was wissen. Es gibt ja sehr viele Zitate da drin, aber es gibt auch, und das meinte ich vorhin ja schon, wahnsinnig viele verschiedene Sprachen. Also nicht einfach nur ein bisschen Englisch, weil das das Wissenschaftsenglisch wäre oder so, sondern es gibt ja auch ganz viel Spanisch. Es gibt, ja, das ist, meine Frage ist, warum fließt das hinein und was hat das mit dem Schreiben für dich insgesamt zu tun? Also ich spreche im alltäglichen Umgang relativ viel unterschiedliche Sprachen in verschiedenen Kontexten, denen ich mich halt jetzt gerade bewege. Und deswegen ist es für mich einfach ein ganz so, das gehört zu meinem Umgang mit Sprache so dazu. Und dann habe ich halt auch viele, viele Texte, die ich im Original in einer anderen Sprache gelesen habe und die dann ich nicht einfach übersetzen wollte, sondern, ja, wo ich es sinnvoll fand, die in einer anderen Sprache einfach so stehen zu lassen, ja. Und dann sorgen Sie auch für verschiedene Sounds, hatte ich das Gefühl. Also das heißt, dass nicht nur eine Klangwelt drin ist, sondern viele Klangwelten. Ja, und Rhythmik ist halt eine andere, ja. Ich würde gerne noch mal zu der Form kommen von dem Buch. Das Buch sieht ja sehr merkwürdig aus, weil es zunächst mal so existiert wie ein Raffbuch. Und wenn man es aber dann aufschlägt, auf einmal muss man es drehen. Und das geht immer wieder. Und vor allen Dingen hat mich eins besonders interessiert, das sind ja sechs Loops. Und der zweite Loop, der ist so, das ist zwischen, der geht um Maria, also um dieses Kabel, was unter dem Meer die Kontinente verbindet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in diesem Loop 2, da gibt es dann solche durchgestrichenen Passagen und so gemorste Buchstaben. Warum diese Form und vor allen Dingen, was mich noch interessiert, ist, warum die Auflösung am Ende in der Handschrift oder in der Skizze oder in dem Chaos, wie auch immer, das würde mich sehr interessieren. Warum macht man so etwas? Oder warum machst du so etwas? Mann ist ja nicht die Frage. Also es ist halt vielleicht so eine Art Überschreiben, also wie so eine weitere Schleife sozusagen. Man hat den Text, aber man hat dann auch die, ja es kommt noch was anderes zum Text dazu. Und mich hat, glaube ich, auch interessiert, dann halt diese Bewegung des Verschwindens der Sprache oder des Vergessens oder des sich irgendwie, sich Auflösens oder dass man einen Text hat und man überarbeitet den so stark und man überkritzelt den. Und der Text verschwindet hinter dem Ganzen, was dem hinzugefügt wurde. Und das ist, ja und gleichzeitig geht es ja in dem Text auch um dieses Kabel, wo ich mir auch einfach mit dem Gedanken gespielt habe, was passiert mit diesem Kabel, wenn es irgendwann mal nicht mehr in Benutzung ist und wenn es dann da unten liegt und auch überwuchert wird und plötzlich für andere Lebewesen eine ganz andere Funktion einnimmt. Und ja, und ich glaube, deswegen habe ich dann mich für diese weitere Ebene entschieden in den Texten. Das bedeutet aber, dass die Handschrift, so wie das Überwuchern durch die Natur eigentlich dann am Ende zurückbleibt oder das Manuelle, also das Gekritzel, das ist ja nicht alles lesbar, es ist ja teilweise auch eine Art von Skizze oder von Durchstreichen, aber dass am Ende die Natur oder das, was die ursprüngliche Bewegung des Schreibens ist, dass die zurückbleibt, ist das so gemeint oder nicht? Also, es war nicht, es ist jetzt nicht, also mir gefällt diese Lesart, aber es ist, ja, ich kann es nicht so fassen. Bevor du jetzt liest, würde ich gerne noch eine Frage stellen und zwar, es ist mir aufgefallen, als ich das las, dass das ja alles so ganz miteinander verschachtelt ist, was Christian Philips das Brain nennt, wo alles verschiedene Dinge miteinander auf einmal zusammenkommen und so weiter. Und es gibt ein berühmtes, es gibt ein Zitat, was mir immer sehr gut gefallen hat, was hier für mich sehr Anwendung fand von Mandelstamm. Ich muss es jetzt vorlesen, weil, ja, weil ich es natürlich nicht so schön rezitieren kann. Man muss beim Lesen eines Gedichtes springend einen Fluss in seiner ganzen Breite überqueren, der voll ist von beweglichen und in verschiedene Richtungen strebenden chinesischen Dschunken. So entsteht der Sinn poetischer Rede. Und als ich das las, dachte ich, gerade auch dieses Bild von den widerstrebenden, also in verschiedene Richtungen gehenden Dschunken, dass man etwas erwischt, auch als Leser etwas erwischt und gleichzeitig merkt, es driftet schon wieder weg und ich fange wieder an, etwas Neues zu bauen, also einen neuen Sprung zu sehen und gleichzeitig treibt mich, also das Sprungelement für mich ist wie der Sound. Der Sound ist so das Sprungelement dabei, sodass ich immer weiterspringe. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich etwas wäre, was du als für diese Art von deiner Dichtung, du schreibst sicher was ganz anderes, für passend halten würdest. Ich hatte beim Schreiben von diesen Texten, oder ich habe eigentlich fast immer beim Schreiben von Texten, die Sorge, in so ein Alles und Nichts zu verfallen oder so, dass es zu viel wird und Zusammenhänge einfach sich auflösen und am Ende nichts mehr greifbar ist. Und das kann ich so in dieses Bild oder in dieses Zitat ein bisschen, dieses Gefühl kann ich da ein bisschen rauslesen. Also dieser Fluss ist so breit. Und man will es aber trotzdem versuchen. Dafür braucht man aber dann auch die Kraft dieses Sounds. Eigentlich wollte ich noch fragen, ob du eigentlich auch was anderes schreibst als Lyrik oder ob du nur Lyrik schreibst? Eigentlich fast ausschließlich. Also ich habe eigentlich immer große Lust, mal szenische Texte zu schreiben. Ich mag szenische Texte sehr gern. Also auch einfach zu lesen. Aber ich bin noch nie, also ich lande am Ende immer wieder bei der Lyrik. Selbst wenn ich sage, ich schreibe jetzt was anderes und dann, ja. Gut, dann möchten wir jetzt den Sprung über die Junken gerne ein bisschen hören. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Loop 2 Cortana entrollt das Kabel. Siehst du? Die Daten werden von den Weichtieren auf deiner weichen Epidermis zwischengespeichert, sorgfältig. Vom mittelatlantischen Rücken geschabt. Oh, sie zwinkern dir zu. Vom anderen Ufer her. Und so beginnt Maria unter den Füßen der Touristinnen an der Playa Arrietada Vizcaya oder auf der anderen Seite des Atlantiks je nachdem, wo man steht, beginnt gerade eine neue Schleife, Mother Earth, Mother Board. Du legst dein flauschiges Ohr sanft an. Der gescheiterte Börsengang der Telxius SA im Jahr 2016 hatte anscheinend keine weiteren Auswirkungen auf und es hatte eh niemand etwas Wichtiges zu sagen gerade. Du wartest auf Cortanas Stimme, weißt du? Und die Weichtiere haben anscheinend immer etwas Wichtiges zu sagen. Rauscht dann dein Ohr wie? Zudem beginnt Maria am 1900 Corporate Landing Parkway Virginia Beach. Während du dich zwischen Stachelhäutern spinnst du direkt neben den Sulfiden, möglicherweise also direkt in der im Vergleich zu anderen Kabeln gar nicht so langen Gummihülle, die wirklich niemand, nicht einmal die Haie anknabbern möchten. Das muss also dem Abrieb durch die Gezeiten der Erosion geschuldet sein, hat aber niemand bemerkt außer der Schleppnetze und häutet sich mit den Jahren an Cortanas Exoskelett wie Abalonen. Du lauscht Cortanas Einsatzplan ganz still am lichtlosen Grund des mittelatlantischen Grabens, wo die Seeigel sich in einigen deiner Augen spiegeln und reimen aus Versehen vielleicht. Dabei hatte sie gar niemand danach gefragt gerade. Das heißt dann wohl, dass Maria irgendwo auf Höhe des mittelatlantischen Rückens durchhängt bei unklarer Datenlage, wobei das Licht am jeweils anderen Ende im Kabelinneren alle paar hundert Meter verstärkt werden muss, wie zum Beispiel hier, genau hier. Und Mother Earth, Mother Board ist übrigens ein schon lesenswerter Wired-Artikel. Und auf submarinecablemap.com kann man sehen, wo überall, natürlich in stilisierter Weise und zuletzt aktualisiert in early 2019, Kabel verlaufen. Der Wired-Artikel dagegen ist von 1996, also alt, auch im Vergleich zu sehr alten Dingen wie dem Internet. Cortana mischt sich unter die analogen Protest-Touristinnen, die das von den Seeigeln besetzte Kabel besichtigen und deine Flossen streicheln, Stand Early 2020. Vom Erdbrummen bei 2,9 bis 4,5 Megahertz kriegst du eine Gänsehaut, weil das Licht wellenförmig in deine Zellen north of Frejus schwappt. Nature übrigens titelte am 18. Dezember 2019 Submarine Cables Billions of Potential Seismic Sensors Das heißt Wale Wellen What? Und wer also hat hier was zu sagen und wem? Aber irgendwann wird das Kabel oder was davon übrig bleibt wieder eingesammelt. Zum Beispiel von irgendeinem Schwarm, der gerade in der Nähe ist oder ein Nationalpark gegründet entlang des Kabels um die einzigartige und eventuell sogar noch Cortana benannt. Oder von den Seeigeln einfach zu noch verstehenden Zwecken umfunktioniert oder vergessen. Das ist mitunter das Wahrscheinlichste. Lob 3 Die Meteorologinnen landeten in kontaminierten Geografien. Sie grüßten aus ihren opaken Glocken schrieben flotte Berichte sie hockten am Gras und schmiegten sich sanft an zwei Anämonen. Dort klafften die Breiten gerade dort erhoben sich nach nur wenigen Klicks die versteinerten Aktien. Oh Schaffelfunktion tektonische oh Metamorphose Polypen So riefen sie. Dann traten sie in die späteren Berge und ernteten präzise Prognosen aus faktischen Hüten. Randomisierte Blüten, defekte Falter, welke Kronen, Kaninchen und so weiter. Dies war ihre Taktik. Du musst jetzt tapfer sein, sagst du und zoomst in den Sonnenuntergang weit hinter die lyrischen Halden ins Gelände. Ist das jetzt schon Fracking? Leicht wie Lithium bist du aus einer entlegenden Babygalaxie geploppt und jetzt sickerst du weit hinter die runzligen Screens. Oh du fragiler Sommergarten ranziges Grundwasser und das Schelf liegt als Inschrift in deinen Zellen alles ist besser als diese krassen Riesenlibellen okay? Du schickst deine aktuelle Position als könnte uns das jetzt weiter helfen sprichst von Salz Schiefer die schmelze geht ratlos daran vorbei die meteorologinnen versteckten sich zunächst im urbanen Gebüsch und zeigten ungläubig auf einen bestimmten Aktienindex als Kalbde erbald hektisch versteckten sie ihre Berechnungen unter der daraus resultierenden Eiszeit und bohrten liebevoll Löcher in den Fahnenwald tektonische Arbeit so nannten sie das Öl dabei berührten sie sich aus Versehen in ihren glitzernden Raumanzügen Graupel verfälschte die Spuren es war pures Glück most astonishing things happen so riefen sie und folgten den Daten zumindest gedanklich in den Uterus dann fällst du rücklinks aus deiner eigenen Dramaturgie auf einmal plopp in deine Junk DNA kann das dein Zufall sein ist dir bewusst wer all diesen Abfall dekliniert du zeigst bald auf seine wackelige Flugbahn okay aber was sagt uns das über die Unterleibsschmerzen bei 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist das schon Splatter ein Wunder du kommst so unschuldig um die Ecke gekullert du schüchternes Tumbleweed und verlässt die Storyline elegant entlang eben jener Flugbahn und alles was übrig bleibt wird sorgfältig umbenannt oder vergessen die Meteorologinnen entfalteten ihre Lithiumgärten im Magnifico Altiplano sie schütteten ihre visionären Simulationen über die Fahne und hopp sprachen von ihren dichten Lizenzen im Licht Bioluminescenta Flamingos scheiterten sie wiederholt an ihren uferlosen Prognosen sie klatschten in die Hände und begannen den überall herumliegenden Weltraumschrott an den Äquator zu pinnen als natürliche Grenze Souvenir Komplott Pling all dies blieb reine Behauptung auf diese Weise sortierten sie die Gezeiten Deine Zimmerpflanze ist auch nichts als eine weitere Plattform auf diesem Ozean und spurlos verschwunden du stehst zwischen versteinerten Anämonen und starrst in die Brandung das Watt wie das historische Klima sich sanft an die Satelliten schmiegt ein sauberer Cliffhanger hallo zählst du überhaupt noch mit hinter dir sitzt ein Quantenelefant ohne objektive Position nichts entfaltet sich aus diesen garstigen Panelen du schüttelst Salz von deinen Stacheln deine Wurzeln wachsen ins All und zurück ein flaches warmes Meer und kurz vor ihrer übereilten Abreise trafen die Meteorologinnen auf Bambi und plötzlich war es als ob sie die durch den Brandungsrückstrom begrenzte Scholle schon längst verlassen hätten also rückwirkend huch riefen die Meteorologinnen Komphoterien sie wirkten auf einmal sehr verloren als wären sie noch nie zuvor hier gewesen Bambi schwenkte seinen Rüssel und inspizierte ihre Historie all den komplexen Junk den sie auf der Bühne hinterlassen würden was für ein Chaos dann stirbt es eine Kuppel über die Anemonen und rief Evolution Danke sehr Herrlich diese Mischung ich habe immer noch nicht verstanden wie man das zusammenkriegt den Uterus und die Galaxien und dann kommt so ein Satz wie den an den Äquator pinnen das kommt mir vor wie aus einem Schlager der 50er und irgendwie diese diese Mischung die ist so bezaubernd und gleichzeitig durch diese Stimme auch mit dem Du so bedrohlich ich finde das jedes Mal wieder erstaunlich wenn ich das höre oder lese wie machst du das? gut wir lassen es bleiben wir danken nur dafür das war wirklich toll also ich genau ich wollte noch sagen ich finde es ich finde es total spannend wie in dem ersten Loop so diese ganzen kleinen Tierchen so eine krasse Rolle bekommen also das finde ich auch faszinierend dass sie wie so als hätten es würden sie so im Hintergrund so einen so einen Plot aushacken und das finde ich bezieht oder merkt man dann auch beim zweiten bei dem Loop 3 dann wenn wenn dann ja dieses Du irgendwie so vertierlicht wird oder so verpflanzlicht irgendwie ist das so ein ja ich weiß nicht hast du dir das weil du ja meintest dass das irgendwie so durcheinander gewürfelt ist dein Band aber ich finde das also für mich war das klang es sehr organisch irgendwie wie ist das so so entstanden diese ja diese Transformationen oder ja zwischen Tier und Mensch und Pflanzen ja das freut mich also ich diese diese Weichtiere und die Seeigel die sind auf jeden Fall so mit so meine meine Lieblingsfigur die Weichtiere wissen immer alles oder die müssen haben immer was zu sagen wir haben immer was zu sagen ja da ich nicht systematisch vorgegangen bin kann ich jetzt nicht irgendwie so vorgaukeln dass es alles so geplant gewesen wäre oder so also es freut mich natürlich also dass es dass es so ineinander greift ja es wirkt auf jeden Fall also ich finde das gefällt mir voll gut jetzt Alicia Garmisch ich hatte einen Kurzsatz geschrieben der ging so behutsam und mit großer Leichtigkeit inszeniert Alicia Garmisch in Lustdorf einen Dialog mit einer Oma der auch ein Dialog mit der eigenen und der Omasprache ist in kurzen Augenblicken und knappen Versen tun sich Welten auf zwischen Sprachen und Generationen und dazwischen das Schweigen wieder kurz zur Person du hast in München und in London Germanistik studiert du warst auch 2016 nominiert beim Lyrikpreis in München im selben Jahr hast du eine eine feministisches Netzwerk gegründet das heißt Vespert und das kommt von der Wespe dein Website heißt es Entschuldigung Website es kommt aber von der Wespe weil es ist glaube ich bayerisch und heißt eben Website und heißt sowas wie Wespenzapplich und ich würde gerne nachher auch wissen was man da tut und sie lebt und arbeitet habe ich gelesen in Berlin als Lehrerin heute gut Lustdorf ist ein Vorort in Odessa der damals aber von Leuten aus Württemberg deutschstämmigen Württembergern besiedelt wurde das habe ich jetzt verstanden das steht da auch drin und es ist es ist ein Kurzprotokoll wenn man so will in Anlehnung an Carla ein Protokoll es enthält Kondensate Verdichtungen einzelner Begegnungen teils Telefondialoge teils Beobachtungen es werden viele erwartbare Dinge angesprochen die Lager die Gräber die Kohlsuppe natürlich aber auch und das hat mich besonders interessiert die Lust am sich fremd fühlen um die geht es irgendwie glaube ich sehr zentral da drin ich hoffe wir kommen darauf zurück was das bedeutet darüber hinaus gibt es natürlich die ganz anderen Vorstellungen von Weiblichkeit Sexualität zwischen der jugendlichen Protagonistin und dieser eine Oma es gibt so einen schönen Satz der heißt ich bin ein hässlicher Mensch sagte ich als mir Brüste wuchsen immerhin bist du ein Mensch sagte eine Oma dieser Satz hat mir besonders gut gefallen gut dann habe ich aber viele Fragen ich würde gerne erstmal wissen Lustdorf bist du jemals dort gewesen geht man dorthin wann ist die Oma hier zurückgekommen oder lebt sie noch dort wie ist das also ich war selber noch nie da ich hatte geplant letztes Jahr dort hinzufahren und dann kam Corona dazwischen das ist alles sehr lang her also es geht da wirklich um die Zeit während und vor dem ersten Weltkrieg zweiten Weltkrieg Entschuldigung der erste Weltkrieg war ein bisschen zu lang genau und insofern ist es für mich auch sehr weit also nicht nur örtlich weit entfernt sondern auch vom Gefühl her relativ fern und ja deswegen konnte ich ganz gut mit dem auch mich wiederfinden was Carla gesagt hat mit dem Forschen also der Gedichtband ist schon auch also dieses Forschen oder dieses dem Nachgehen und diese Verbindung wieder aufnehmen zu diesem relativ weit entfernten Ort ist auf jeden Fall ein großer Teil des Bandes der aber obwohl er weit entfernt ist und unbekannt ist eine unheimliche Rolle spielt in der Familie ja genau also das auf jeden Fall allein also da sind wir eigentlich auch wieder bei der Sprache weil es mir erst so wirklich bewusst geworden ist dass es eben diese Ebene gibt als ich weggezogen bin aus meinem Heimatort und eben immer wieder am Telefon mit meiner Oma telefoniert habe und mir so bewusst geworden ist was spricht sie eigentlich für den seltsamen Dialekt weil am Telefon hört man finde ich das auch nochmal ganz anders ein bisschen entfernter und fremder und dann ist mir erst bewusst geworden dass bei uns so Russisch gesprochen wurde das war mir war selbstverständlich also so überhaupt diesen Erkennungsmoment da ist irgendwie eigentlich eine Geschichte dahinter hinter diesem Alltag ja das das hat dazu geführt das heißt du bist auch Russisch aufgewachsen ich bin nicht zweisprachig direkt aufgewachsen also mein Russisch ist leider sehr schlecht also ich spreche es schon aber es ist nicht besonders gut aber es war einfach in meiner Familie wurde es gesprochen also die ganze mütterliche Seite hat das sehr viel gesprochen ja also so wie es bei Russlanddeutschen oder bei ganz vielen Menschen die in migrantischen Familien aufwachsen so ist dann ist ja dieses diese Mischungen aus den Sprachen das wird ja ganz selbstverständlich immer angewandt und ja also dass man so zwischen den Sprachen hin und her switcht sozusagen ja so war das bei uns auch das heißt die Fremde war immer in der Familie drin ja obwohl deine Mutter schon hier geboren ist nein die ist nicht hier geboren die ist auch in Russland geworden ja das heißt die sind nicht mit Hitler mit Hitler hierher gekommen sondern deutlich nach in den 50ern, 60ern doch also die also das ist ein bisschen ein problematischer Begriff der Schwarzmeerdeutschen also weil das auch die Nazis sozusagen geprägt haben den Begriff aber es gibt auch nicht so wirklich einen anderen deswegen verwende ich ihn ja die wurden dann sozusagen mit den mit der Belagerung der Ukraine nach Deutschland mitgenommen sozusagen also die mussten dann so halb fliehen halb ausreisen weil eben die die Rote Armee ja besiegt gesiegt hat und dann wurden sie aber in Deutschland wiederum von Stalin zurückgeholt nach Sibirien und dort genau weil sie eben sowjetische Bürger waren das heißt deine Mutter ist mit nach Sibirien ähm nee die ist dort erst geboren dann in Sibirien das wusste ich noch gar nicht das kannte ich noch gar nicht ja gut das macht aber auch ich habe mich nämlich immer gefragt ähm was macht eigentlich die gefrorene Sprache also mir kam das so vor als ob es so Worte gibt oder auch Sprachbilder gibt die einerseits fremd sind aber andererseits auch gefroren sind und auch als solche sozusagen ähm das heute nochmal ganz anders beleuchten also das heute der Jugendlichen die ja nun wirklich jung ist also nicht jetzt dein Alter sondern jünger ist ne im Buch ne was bedeutet die gefrorene Sprache ähm also einmal glaube ich irgendwie drückt es für mich auch aus wie sehr gefangen wir auch in unserer Sprache sind ähm also es hat so eine starre ähm ich glaube man kann es auf verschiedenen Ebenen betrachten also wenn man es jetzt auf einer ganz historischen Ebene betrachten will dann ist es meine ich damit schon diese seltsame Sprache die von Russlanddeutschen gesprochen wird aber es ist ja auch ähm also eine gefrorene Sprache kann ja auch äh bedeuten dass man dass sie nicht flüssig ist dass sie irgendwie ähm dass es manchmal für manche Dinge einfach keinen Ausdruck gibt und für Erfahrungen und ähm ja also für mich ist das äh äh hat es so sehr viele verschiedene Aspekte würde ich sagen ja das ist schön also das heißt dass man damit auch die eigenen Floskeln in der eigenen Sprache damit aufbricht ja ja das ist sehr schön jetzt habe ich mich gewundert ich habe dann ein bisschen geguckt welche Worte hast du eigentlich Russisch genommen und was mir als erstes auffiel war dass es das Essen ist es ist sehr viel Essen ja und es ist natürlich das Lager also die Erdhöhlen und in denen sie gelebt haben und das war mir nicht so klar dass es so ist aber ähm war das jetzt Zufall oder ist dir das aufgefallen oder wolltest du das so oder ist das eben weil es die familiäre Realität ist ja ich glaube es war also relativ natürlich ähm natürlich also es ist jetzt auch also so also spontan vielleicht eher so wie Carla auch meinte ähm also so wie ich also relativ vieles sind auch Protokolle im Endeffekt von Gesprächen die ich tatsächlich geführt habe also ich würde will auch nochmal betonen also dass es eben nicht nur diese eine Oma ist und das ist da auf jeden Fall noch ganz viele viel drumherum also ich glaube es ist nicht nur biografisch ähm also die Biografie meiner Oma die ich damit umfassen wollte aber ähm der Ursprung sind auf jeden Fall die Gespräche die ich mit ihr geführt habe oder die Idee dazu kam da daraus und ähm ich fand es sehr spannend ganz genau genau hinzuschauen welche Worte oder wann switcht sie zum russischen wann welche Worte kenne ich welche welche sind eben mir mitgegeben worden obwohl ich jetzt vielleicht nicht ganz zweisprachig geboren äh erzogen wurde und äh das ähm ja das irgendwie nochmal so ähm in eine Struktur zu packen ähm insofern sind es ist relativ viel Essen und so kulturelle Sachen aber es sind auch so ein paar Ausreißer dabei so wie die Lager zum Beispiel und so die halt einfach immer so genannt wurden ja genau ich habe noch eine Frage und zwar es gibt so einen Satz der heißt was vererben wir und was behalten wir lieber für uns und irgendwie dachte ich beim Lesen an einen Vortrag von Esther Kinski der Lyrikerin Esther Kinski nannte das das lichte Maß ähm das ist das was ungesagt ist in der Lyrik und dass es eben in der Lyrik eben nicht nur die weißen Ränder gibt und die Zeilenbrüche und so weiter sondern innerhalb der Sprache das Ungesagte gibt und dass das eben auch getragen werden kann mitgetragen werden kann in der Sprache und ich habe mich gefragt ob das der Grund ist weil eigentlich hätte man ja erwartet bei dem Thema und bei den schönen Ausführungen zu der Sprache der Differenz der Sprache die da drin sind dass man einen Essay geboten bekommt und ich habe immer gewartet der Essay wird noch kommen eines Tages das wird noch weiter gehen aber es gibt ja einen Grund dafür dass du dich für das Lyrische also für das Dichterische entschieden hast und ich habe mich gefragt ob es miteinander zusammenhängt oder was ist für wie das kam dazu wie der Anfang davon war wie kam es dazu ausgerechnet die dichterische Form zu wählen also ich konnte tatsächlich sehr gut mit dem Zitat was du vorhin gesagt hattest mit den mit diesem mit diesem Floß und den verschiedenen Floßen über die man so spürt also ich habe das Gefühl dass bei Lyrik oder also erstens mal kommt das das was für mich am natürlichsten sage ich mal bei dem Thema einfach auf dem Papier entstanden ist also ich schreibe ja auch journalistische Texte aber es hat einfach eine sehr viel emotionalere Ebene und auch was ungreifbareres also etwas was ich selber nicht verstehen kann und aber irgendwie ausdrücken möchte und ja diesen Dialog ich könnte keine andere Form im Moment dafür also es wäre für mich nicht anders möglich gewesen glaube ich das zu schreiben und gleichzeitig kann man natürlich über Lyrik ganz andere leer stellen lassen und man kann aber auch in andere Tiefen hineingehen über über eine Emotionalität und über einen Rhythmus und über die Sprache also mit der Sprache ganz anders arbeiten ja und mit diesem Text warst du auch in München wie meinst du also ich habe gelesen dass du auch in München bei dem Lyrikpreis warst ach so nein nein das waren andere Texte das gibt es auch noch es gibt noch mehr ja also wir haben noch viel zu erwarten gut sehr schön das ist nicht mein erster Text jetzt würde ich gerne dass du liest und dass du auch sagst ob du aus dem Anfang oder nicht oder von wo ja also mein Band ist ja sehr es ist ein kleines also ein Chatbuch ein relativ kurzes büchlein insofern werde ich jetzt einfach so vom Anfang so mir Sachen rauspicken und genau ich würde dann einfach beginnen ja bitte danke ich mag die einfach sagt eine Oma herbstzeitlose ihr Haar hat eine ähnliche Funktion tut als sei Frühling Herbst tut auf Krokus oder auf wie heißt das nochmal Knoblauch aus dem Wald kann man essen iss mal eine Herbstzeitlose da liegst du gleich im Krankenhaus liegst du als könntest du immer schweigen als würde Zeit durch Katheter tropfen bis du voll bist horch mal wann kommst du zu Besuch ich könnte dir Ploff machen oder Ski Ski oder Ploff Ploff oder Ski Odessa war schön sagt eine Oma aus Ljusdorf Lust am Pflücken am Deutsch sprechen am sich fremd fühlen was vererben wir und was behalten wir für uns Knoblauch umhüllten Schwarzmeerfisch Kambala Schlarafisch Honig in Straßen Geruch von frischer Farbe an Fensterläden Grottensteine Katakomben versalzene Kartoffeln Herbstzeitlose in Schützengräben gedimmte Lüster Schiefe Sonnenuntergänge sich schämen weil man vor Lachen ins Höschen gepieselt hat Briefe einer Oma aus dem Gulag Geruch von Millionen Tonnen verbranntem Fleisch Fünfjährige Zellen suchen sich aus was sie in Gene einschreiben und was nicht Bring Brot hol Schnaps Soldaten brauchen was zu essen und Wodka Kanjaschne Im Rausch verteidigt sich das Vaterland besser Die Frage ist nur welches Pflanzen blockieren mein Fenster Kippe ist auf 30 Grad Ratschlag einer Oma um nicht reinzulassen was an der Hauswand lauert Getünchte Pflanzen filtern Wunden aus Luft Wenn eine Oma nicht da ist herrscht Ruhe Wenn sie kommt nässen sie Morgens besonders sucht sich das Geschehene einen Spalt Als mir zum ersten Mal Warzen wuchsen hatte ich ein Wort gehört das suppte Familienkrankheit sagte eine Oma bei Nacht verknotete Warzen-Generationen befahl ihnen zu gehen sang ein Liedchen band ein Schnürchen grob es ein Warze um Warze ging Empörend dass mein junger Körper so lange ungenutzt blieb Eine Oma sieht sich in Baracken sitzen Besser als dem Janki sagt sie in Erdhütten flirtet sich's schlecht Sibirischer Sommer Novosibirsk Verrutscht ihr Schulterblatt Warten auf den Mann Haare zum Strauch Wut als Mangelware Ducken im Überhang Oi, wenn ich nicht immer so erschwert gewesen wäre Nicht wie du, Vögelchen Im Garten einer Oma einem Deutschen ist Sommer vorbei als wäre er nie gewesen Nimmt der Himmel die Farbe der Markise an Mein Bauch ist voll mit als Kartoffeln getarnten Ratschlägen Im Hintergrund schimpft ihr Mann das Satellitenfernsehen an Empörend jung war mein Haar sagt eine Oma Eigenwillig durfte es nicht geben Gene hetzten sich lernten Rücken zu beugen Mach die Haare schön hoch dann wächst du nach oben Unkraut jäten Männern Blumengießen beibringen Angst haben vom Weltuntergang In Russland weiß niemand was Zivilgesellschaft ist Alle suchen Gründe gemocht zu werden sagt Mascha Aljochina Jetzt sitzt sie im Lager wird nicht gemocht Soll sie sitzen wie sie sitzt sagt eine Oma Putin ist wo er ist es ist wie es war Bullshit Oma sage ich alles ändert sich Bullshit sagt eine Oma rollt die Augen Geh nicht auf die Straße bleib iss es gibt Hast du gar nichts verstanden fragt eine Oma fragt eine Oma wir sprangen in den Gräbern wie auf Trampolinen genossen nichts außer Megafonen und Fabrikarbeiten das Aufbauen das Große wir nannten es eine Energie eine des Fleißes und der Kälte eine abgefrorene Nasenenergie eine die heute erlaubt im Spiegel den eigenen Kamm Deutsch zu nennen Gebärmütter durften nicht betäubt werden Loblieder nicht gesungen Tampons gab es nicht Blumenrochen nach verrusten Lungenflügeln das Gras war nach unterschiedlichem Maß geschnitten in die Birken übervölkerte Taiga wuchs eine Idee herüber eine Zuordnungsidee und eine Idee von anderssprachigem Kraut von einem Kraut ohne Variniki von einem Kraut mit Thüringer Bratwürsten von einem Kraut für das Kind und einem Kraut für die fehlenden Zehen und einem zum Kühlen für die Stirn und einem zum Hinternwischen einen zum Reinlegen ach Kind doch nicht so wenn eine Oma Piroggen formt formen sich Pirashki in Worte in Schlangen über den Tisch wie Trambahnlinien am Krasni Prospekt wieg Buntglas im U-Bahnhof hinter dem Tramdreieck in Navosibirsk gab es eine Banja sagte eine Oma die steht noch die Baracken gibt es nicht mehr welche Häuser überleben die Zeit und wer entscheidet darüber eine Oma macht den Mund auf isst die Worte auf wie auf dem Weg in die Schule die sie gebaut hat den sie gebaut hat die Pioniere mochten Lila nicht eine Oma legte Hände hinein machte Abdrücke an die Wand Kinderlieder übertönten den Ob ein Scheinmeer verbotener Sprachen was ist eigentlich eine Klitoris fragt eine Oma aus Ljusdorf viel mehr als eine Beere viel mehr ein Himbeerstrauch zeichne ihr eine Antwort auf den Tisch es ist nicht Malinka auf dem Rücken liegen Schmerz wegatmen es ist nicht grüne Kiefer nach dem Sex brechen kein Rauschen über Nadeln kein Knoblauch an Händen ich habe sowas nicht sagt eine Oma kein Jableni keine Grosche ich habe einen Raum voller Unkraut das niemanden durchlässt nie werde ich herausfinden warum Menschen sich küssen ist das nicht das Essen zwischen den Zähnen danke sehr was mir jetzt mehr noch aufgefallen ist als vorher ist diese unheimlich liebevolle Lakonie die da drin ist das ist wirklich sehr sehr schön also mir hat das sehr überzeugt möchtest du auch noch was von einem Eindruck sagen guckst mich so an ja also ich ich fand es auch also was mich so was mir sehr gut gefällt gefällt an deinen an deinen Texten ist dieses das ist wie so eine Art wie so eine fast schon so eine Archäologie eine Spracharchäologie oder auch die die Funktion die diese die bestimmte Wörter haben dass die was vielleicht auch der Grund ist warum es dann warum es dann Gedichte sind dass halt sie diese diese dieses generationenübergreifende diese Geschichte die natürlich eine persönliche aber ja natürlich aber auch eine 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 weit über das persönlich hinausreichende Geschichte ist dass sie die wie einfach in die Texte reinbringen und es ohne dass irgendwie zu ohne dass es ausgesprochen also beschrieben wird oder so sondern die sind die es ist wie eine ja also das Verhältnis zur Zeitlichkeit auch das dadurch entsteht also dass es einfach die verschiedenen Schichten gibt die verschiedenen Generationen die auch auf diese Geschichte unterschiedlich blicken anders erlebt haben also erlebt haben oder nicht erlebt haben oder halt als Geschichte erlebt haben also das das ist sowas das ich auch dann wo ich auch auf eine ganz andere Weise auch mein Herangehensweise oder auch mein Interesse am Schreiben irgendwie wiedergesehen habe das fand ich echt das fand ich richtig schön ja schön stimmt danke jetzt kommen wir zur dritten die leider nicht da ist die gleich aber lesen wird Saskia Warzecher ich habe wieder einen Kurztext geschrieben mein schon der Titel Approximanten ruft die Frage in den Text welche Rolle Computerlinguistik spielt bei den Versuch sich dem Verhältnis zwischen unserer Sprache und der dauernd sich veränderten Gegenwart zu nähern Saskia Warzecher gelingt eine klangstarke Sprachexpedition kurz etwas zu ihr um sie kurz vorzustellen sie studierte Computerlinguistik in Potsdam Sprachkunst in Wien Literarisches Schreiben in Leipzig sie war 2017 Open Mic Finalistin und gewann den Münchner Lyrik Preis sie hat zwei Gedicht Anthologien mit herausgegeben ist Projektleiterin hier im Haus für Poesie von dem Open Mic und ist Mitherausgeberin der Lyrik Zeitschrift Transistor die seit einer gewissen Zeit erscheint und herrliche kleine Bändchen hervorbringt beim Lesen fällt auf der Texte fällt auf es gibt eine großartige Spannung darin auf der einen Seite so sieht das Buchlein aus auf der einen Seite arbeitet sie mit traditionellen nyrischen Schreibweisen wie Binnenreimen Rhythmus Alliteration und so weiter und treibt diese in Neuländer hinein auf der anderen Seite finden sich viele unterschiedliche Sprechweisen Teile Teile Wir haben Wir haben ausgemacht dass ich ihr zwei Fragen stellen darf bevor sie liest Die erste Frage lautet Sie haben vielen Menschen dem Buch gedankt Sie geben eine Zeitschrift heraus und Sie sind Projektleiterin von Open Mic Welche Rolle spielt der Austausch für Sie beim Schreiben Und die zweite Frage Sie haben Computerlinguistik studiert Computerlinguistik versucht so hat man mir erklärt das menschliche Sprechen auf etwas mathematisch Begreifbares hin abzubilden Den Maschinen wird dabei nicht nur das Verstehen sondern sogar das Produzieren von Sprache beigebracht Hat die Beschäftigung mit diesem Wissensgebiet Einfluss auf ihr Schreiben? Hallo ich finde das gewertsicher ich möchte mich erst mal ganz herzlich bedanken für die Einladung und finde es natürlich total schade dass ich nicht vor Ort sein kann freue mich aber dass ich zumindest in diesem Rahmen teilnehmen kann genau und möchte gerne erst mal Ihre beiden Fragen beantworten also zuerst wie wichtig mir der Austausch ist also ich glaube der Austausch ist nicht nur für mein Schreiben wichtig ich glaube mit ganz vielen Menschen denen ich in diesem Buch gedankt habe hinten habe ich nicht mal über meine Lyrik gesprochen oder generell über Lyrik oder Literatur aber vielleicht würde das auch jeder von sich sagen aber ich glaube dass der Austausch wichtig ist um überhaupt auf Gedanken zu kommen genau deswegen hoffe ich dass ich den nicht verliere und ja das ist mir natürlich sehr sehr wichtig zu der zweiten Frage welchen Einfluss die Beschäftigung mit der Computer Linguistik auf mich und mein Schreiben hat also ich glaube wenn man sich damit auseinandersetzt was das automatisierbare an Sprache ist oder dadurch dass ich mich damit auseinander gesetzt habe dadurch konnte ich die Differenz leichter sehen zu dem Sprechen oder der Sprache die von einem Subjekt kommt das eben verletzlich ist das eben etwas wünschen kann das 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 nicht nur spricht das eben anders spricht als Maschinen sprechen können und darum geht es mir auch stark in Approximanten also was wie man sich vorwagen kann mit der Sprache wo man persönlich spricht oder es versucht und wo man Ausflüchte findet und welches Sprechen das dann ist ich lese jetzt zehn Gedichte näher näher ich mich meinen Gegenständen unruhig an brauche solche die sich bieten nie zur Neige gehen mir inkrementelles erfassen versprechen ich muss noch fragen wie viel Stück das sind wie das geht dass ich an dieser Stelle schon mal war ach ein rückwärts kompatibles System dies was hier vor mir liegt dies Land träumte einen schlafenden Logiker traf ihn zu Beginn dieser Wiederentdeckung bereits mehrfach an empfand Reue dann Mut dann wachte er auf er spricht das hier ist schon die ganze Zeit gewesen so was machte dass ich von ihm träumte in meinen träumen nicht sah was er sah als er schlief und sein Stieftraum doch ganz meiner war als wir erwachten das blinzeln der Dinge unterbrach von denen vorher die Rede war dann ganz namenlos er wie zuvor auf welchem Level treffen wir uns so ganz entzerrt du Korifä Kannkind Manöver sag meinen Namen im Namen Museum so kollaborativ entrückt sag Rahmen Widersacher wieso hast du so übergroße Gliazellen veränderst taktische Bewegungen unvollständige Besatzung als fädelte mir einer Sinn bei doch wenn etwas geschliffen wird was fällt dann ab äußerst abschätzt sich die Frage wieso ist ihre Antwort das Verhängnis jeder Frage in Koordinationen auch als Lichtlisten gedacht Gesicht nicht nur hineingedacht hineingelesen auf eines sehen wollen das fällt im Fallen und Fallen begriffen ist im Fall oder begreifen geschont sehe einen auffallend großen Zwischenraum und dehne ihn noch klaffe Falz und weiteres Gelenk hinein schachtel an kaputten Gelenk mit Löchern versehen Kunst verstehe Stabilität als verkleinerte Dynamik die Trostfalte architektonisch daneben architektonisch gedacht noch zu zeichnen hinein mit Weiche mir gefällt das viele Gerümpel auf dem Dach ebnete eben noch alle Stoßfalten verstecke nun im Falz Morph Portraits ich kann mir jeden Menschen nackt vorstellen und jeden Menschen tot Saugen in glasigen Tropen am hohlen Haar ich schlack hier Haken im Qualm kalibriere Substanz Zugänge zu Gehungsstraßen Schildere du bist ein Ort für mich nicht die Orte du Trakt sagst durch ich wiederhole dich sag sag doch mal a behaupten zwischen Klängen die länger im Raum hängen uns und Kommunikation diese Formel ist nicht stilisiert kein Schlaf im Auge ohne Neuronautik wir lachen lauter weil Musik ist legen die Zungen so als würden wir und sagen ein Hoch auf die fleischige Wunde im Mund und wenn du Trakt sagst Kupferstich Geräusche Kupferstiche Trakt und ich weil ich mich noch wiederholen kann Schallwellen Veräbbung wieso öffnest du die Hände nicht ich habe jedoch die Wörter gut gezählt wer sich mehr wünscht dem sei Einheit geboten von Closed World Assumptions kann die Rede hier nicht sein Ich werde mich an eure Stimmen erinnern wenn ich bei euch bin im Nebenzimmer liegt ihr auf dem Boden redet über Kontinente Atlanten Planeten Strecken zum nächsten Park sagt ich bin an was dran oder ich weiß nicht wofür man Stühle braucht wobei vielleicht für Tische ich male euch einen Stadtplan ab mal Flughafen Straßen Nahverkehrs Ansagen zurückbleiben bitte bleibt doch noch wie ihr die Handflächen nach oben dreht das so stehen lasst als Bewegung im Raum Fieber in Schüben über fünfmal sehen vergeht ein Jahr keine Heiligen nur Mythen hier noch ein Sinkflug noch ein paar Vögel instanziierte Exit Signs und dass morgen übrigens überall sei zunehmend sich schwach machen eine Müdigkeit die fürs wach bleiben wollen einnimmt lauschen von ihrem Untergang flüstern die Fenster recht laut zu Tagen Karenzzeit Zeit die einen sich einrichten lässt hinter leicht geöffneten Bahnstoff Wer Wer hier anhebt zu sprechen stellt sich dem Zeitverzug zu Du wirfst dich stets nur häppchenweise hinein ein Quäntchen Eigenheit Noch 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 aber könntest du prassen generös verschwinden wo ich aufs Sommerende warte damit die Fliegen in meiner Küche mich wieder verlassen auch sie schwarze Quadrate die aber fliegen können das vor allem trennt geschickt ihre Umrisse ab von mir ich bin ein Buch das Angst hat umzukippen gleich einem Gewässer in das man Bücher schmeißt wer schmeißt die Fliegen in dem sie still sind die Luft in dem sie brummt in das Sekt 1 die Faltungen im Space Shade weichen nicht Kommastellen Nachkommastellen Auswecherungen in Fraktale ich halte mich auf Kaue auf zähem Glauben herum Dieser inflationäre Gebrauch von Genauigkeit scheut auch den negativen Zusammenhang nicht Trotzt Er bestimmte das Maß für die Feinheit von Fäden Lass uns nach Paris sagst du da liegt ein Meter Inuttiöse Berichte Überschneidungen im Origamilicht In elektrischer Isolation gekippte Bilder von Gebaren Also Abschirmen aller Munition um Was ruft das Wach Ferne Konzentrierte Kreise Strom Sieh damit ich von dir sprechen kann von uneingeschränkten Beschreibungen von Anschauungsmaterial in das ich verpacke was abzulesen sei abzuziehen was abzulesen hartnäckig die Indizierung was taktvoll preist was auszuhalten sei dass es eintritt dass es einsetzt Replik und und diese anvisierte warte willst näher sein an deinen Zweifeln ins Nichts schatten lust dies seits und ein letztes für jetzt entgegengesetzten falls Temperaturforscher Arznei ist doch immer so bevor man stirbt so über die Enden sprechen wagen wer aber was ist ein Debüt hallo ich lebe hier zum ersten Mal und alles was ich erfahre schwärmt immer aus wohn verschwinden diese Rohre in den Wänden sich in Zungen üben befürworten Materien bist du da wie schwer das zu beschreiben wär Schwebstoffe entwaffnende Kalendermathematik nichts woran du dich erinnern kannst ist wirklich lange her Erinnerung als Übungen in Hingabe und also immer noch ein wenig weicher werden vor der Welt meine kleine Sammlung Blackboxen ich verstecke sie gewissenhaft die anderen eher Varianten in euphoristischer Gebrauch Und jetzt wollte ich so gerne es ist schon fast zu spät aber trotzdem wollte ich so gerne noch die Frage stellen was bedeutet es eigentlich in Zeiten der Pandemie ein Debüt auf den Markt zu bringen das heißt normalerweise wenn man ein Buch hat und gerade in der Lyrik ist es sehr wesentlich aber auch gibt es eine große Szene die sich dafür interessiert dass daraus gelesen wird weil das oratorische Moment der Dichtung ja immer noch eine große Rolle spielt und gerade wie wir gehört haben in diesen Gedichtbänden besonders und dann kann man aber nicht und hat man das Gefühl oder wie war das für euch in quasi in diese Zeit hinein den Band zu haben da würde ich gerne von euch wissen es ist mir egal wer anfängt wer mag du hast zuerst veröffentlicht es ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie eine Münze in den Brunnen wirft und es kommt nie ein Klang es kommt nie ein Geräusch es ist so es ist halt so eine so eine Stille irgendwie also man kommt halt nicht dadurch dass keine Lesungen sind oder wenn dann halt online gibt es irgendwie wenig Gespräch mit Leuten mit denen ich sowieso schon über die Texte gesprochen habe und ja das ist das ist schon seltsam ich habe durch diese Situation mich viel mehr mit irgendwelchen Videobearbeitungsprogrammen auseinandergesetzt weil ich einfach auch echt Probleme habe mit diesen mit den Lesungen wo einfach nur Gesichter zu sehen sind die halt die Texte vorlesen dass es wenn man auf eine Lesung geht dann geht man natürlich auch um die um die Personen um die Texte zu hören aber auch um irgendwie die ja diese Personen irgendwie besser einordnen zu können oder so ich weiß ja ich weiß selber nicht warum man auf Lesungen geht aber aber es funktioniert halt online nicht deswegen habe ich halt immer versucht irgendwie wenn es mal irgendwie eine Lesung online gab halt irgendwas anderes zu machen aber ja es ist halt es fehlt halt die Resonanz ja ich weiß nicht wie es bei dir ja also finde ich auch also für mich haben die Lesungen auch immer so einen starken sozialen Aspekt und ja ich fand das Bild mit dem Brunnen ganz gut also man man hat so ein bisschen das Gefühl ja jetzt habe ich das veröffentlicht und es fühlt sich unreal an also so ein bisschen so okay cool es ist voll schön aber es ist so ein bisschen wie in einer anderen Welt irgendwie findet es statt weil es eben so digitalisiert ist und man dadurch irgendwie wie in so einem zweigeteilten Leben ist also ich fand ich glaube man kann versuchen irgendwie sich daraus so Wege zu finden wie man das irgendwie trotzdem zelebrieren kann und sich da auch irgendwie ein bisschen die Freude nicht nehmen lässt und ich finde ich bin auch tatsächlich sehr dankbar dass im Herbst noch Lesungen möglich waren auch wenn in einem sehr sehr kleinen Rahmen aber das war so schön also da sind also wenn dann danach einfach Leute zu dir kommen und mit dir in Austausch treten über den Band und man das Gefühl hat okay dafür habe ich das geschrieben dass es dass es auch Leute hören und darauf reagieren können und man ja das ist einfach dass es die überhaupt gegeben hat diese Lesung das ist total toll und auch eben so Angebote wie jetzt hier ist natürlich für uns also für mich voll schön wo man zumindest irgendwie das Gefühl hat okay wir kommen in ein Gespräch oder man bekommt eine Rückmeldung und es wird irgendwie wahrgenommen ja und da auf jeden Fall einen großen Dank an alle die das noch gerade organisiert bekommen und ja vielleicht auch also was ich letztens mal bei der Lesung vom Lyrikabinett was wir versucht haben da haben wir uns dann mit meinem Lektor zu zweit getroffen dass wir zumindest danach da zusammen irgendwie anstoßen konnten oder so also das war so ja so dass man so kleine Lösungen vielleicht finden kann aber ich meine es geht gerade allen schlecht und was soll man da also ja es ist einfach so muss man akzeptieren ja das muss man akzeptieren nur eine Frage noch ganz kurz gibt es denn dadurch dass man das dass das alle wissen dein Buch ist ja im Verlagshaus Berlin erschienen ne und gibt es dann so eine Vorstellung vom Verlag dass wenn das jetzt langsam vielleicht irgendwann mal besser wird dass man dann nochmal das ganze Jahr 2020 irgendwie mitfeiert oder ist da noch gar nicht drüber nachgedacht worden das wird man ja machen müssen das ist ja klar alle werden das machen alle werden das ja die Publikationen nochmal feiern müssen ich glaube so richtig traut sich niemand irgendwas zu planen ja ja stimmt natürlich mal schauen wann das wieder möglich ist ja stimmt alles wäre in den Sternen ja hast du eigentlich auch während der du hast bestimmt auch während der Pandemiezeit auch dann geschrieben ja das war natürlich wiederum irgendwie fand ich gar nicht so so schlecht also man hat sich schon sehr stark da so reinbegeben finde ich in diesem Prozess nachdem auch so wenig anderes möglich war ja fand ich das schon auch eine wahnsinnig intensive Zeit dann Debüt zu schreiben oder dann Debüt zu arbeiten also 2020 das Ende toll das heißt das Ende der Abschluss des Buches war noch im ersten Lockdown so dass man ganz viel Ruhe hatte zum Abschließen aber ah ok das hat sich natürlich auch dann verzögert und so ja genau verzögert ja genau aber herzlichen Dank für die Auskünfte und für diese Überlegungen zur Pandemie und ich freue mich dass wir hier zusammengesessen sind und ich möchte gerne dass der Abend ausklingt mit einem Gedicht und ich möchte Sie beide bitten und auch Saskia Werzecher nochmal zu lesen bitte ein einziges kleines Gedicht zum Abschluss damit verabschiede ich mich auch schon weil damit der Abend zu Ende ist die Lyrik hat das letzte Wort wenn eine Oma spricht regt sich kein Muskel mehr im Gesicht wenn eine Oma spricht höre ich zweihundert Jahre gefrorene Sprache wie Laute sich erhielten vermehrten Affären eingingen monogam blieben nicht fragten woher komme ich im Herbst hat sie aufgehört zu lachen das Muttermal am Kinn hängt in der Luft ein verlorenes Scha schwäbisches Schwitzerdütsch sibirisches Schwäbisch Estnisches Russisch Schwitzer Sibirisch ich höre eine Trudalmia von Vokalen ein Kämpfen auf Rädern hinter den Alkoholikervorhängen des Opa-Wohnzimmers versteckt eine Oma was ich nicht sagen ließ begehbare Bereiche trennen Stufen ab ohnmächtige Beine ohnmächtige Nächte im Fernseher werden die Enkel gewickelt machen den ersten Schritt bekomme ich auch Lob für den letzten Schritt das letzte Wort entschwebt mit dem Treppenlift zuerst ist da ein Körper ein Spalt im Gedicht hier also stand ich zerzaust am Strand im Gedicht und hatte doch gelesen dass wie kann das sein dass dieses pretty toy unter meinen Füßen in Echtzeit auf Ereignisse reagiert wie der Sturz in den Körper der Sturz an den Anfang ist eine Form von Bad Lip Reading vielleicht dass die Dramatis Personne ohne Backup verloren gehen in Lifesize abhanden kommen transparent werden wow ich glaube das ist das zweite Ende der Tour und der mittlere Vers gleichzeitig was eine Schleife und auch von mir noch eins zum Abschluss in der hintersten Zeile eine Mulde ein allseits bekanntes Revier wo Herdentiere fantasieren nachmittags ein UFO am Abend ein Hund könnte wäre man davon ausgegangen am Anfang etwas zu veranlassen man das Ende wuchern lassen Hommagen und Marschmusik verneinen den einzelnen Takt nicht ich spreche oft nicht immer über alles aber wenn's doch schwarze Quadrate sind angenommen die einzelnen Testungen bezifferten tatsächlich einzelnes kleiner hektischer Rausch aber es gibt ja für alles Maschinen derzeit Danach Erschöpfungszustand ähnlich einer Vase kleines erschöpftes Geschöpf aus Ton ach bist mich anders zugegen als wir unterscheiden trotzdem beflissentlich Entschuldigung ist das hier eine Zuflucht aufgefächert ganz groß doch kantig genug die beugeln mit Cremes Plüsch Wassermalfarben winzigen Pflanzen in meinem Glas nachts sucht das Muldentier wie Sandbeispiele Ruhe eine Schummerbude die hauptsächlich versickern lässt Dankeschön Lied Lied Untertitelung des ZDF, 2020